Oh, ein Arcade-Spiel! Schaut was ich gefunden habe. Lass uns spielen. Was ist das denn? Hey Leute, ich will ein Video-Spiel spielen. In diesem Video-Spiel, das wir spielen. Warte, ich hol erst mal das Logbuch. Ein Spiel im Spiel. Ne, ich rubbel erst mal. Du also auch. Oh, ein Arcade-Game. Was hast du hier? Ich weiß nicht, ein Spiel oder was? Alles klar, ich werde es spielen. Sag du mal, ich trainiere hier ein bisschen. Ich bin ein verdammter Pro, man. Schau mich. Oh, Dart! Ich trainiere hier ein bisschen. Wie viel habe ich mit dem Knast geschafft? 20? Ich mach mal kurz das perfekte Spiel. 20 habe ich mit dem Knast geschafft, oder? Ja. Ich mach mal kurz perfekte Spielmoment. Ich schaffe doch jetzt bestimmt mehr als 20. Oder bin ich schon müde geworden seit dem Knast? Du bist fett geworden seit dem Knast. Stimmt, weil die neunste schon ziemlich schwierig ist. Ich schaffe niemals 20. Ha, 60? Ich habe Probleme mit der neunten. Ey, die Scheiße, der Typ ist wirklich schlecht geworden. 60. Der Typ ist schnapp geworden. Der macht schnapp. Perfektes Spiel. Es ist, glaube ich, unmöglich, 20 zu kriegen. Du schaffst das. Ich glaube, er hat den Zeigefinger. Ich halte 309. Du schaffst das. Was? Die Zeigefinger sind nicht möglich. Uh, wir können raus? die zehn wenigstens das der typ ist fett geworden ich glaube du glaubst gleich mein finger tut weh mein arm tut weh dein finger hat nicht weh zu tun der typ ist fett geworden wollte ich eigentlich vor zwei stunden auf da bist du da gerade ich bin draußen ja wie gesagt da draußen gibt es einen heli den du wahrscheinlich gleich klauen wirst oder kaputt machen so wie ich bin schon dabei guter mann ja ja schau mal was hier auch machen Show. Hey, wow, hey, hey. Guck mal rein! Das ist richtig. Wundervoll Und kaputt gemacht! Hurra. Sehr schön. Ich Ach, ich hätte besser zurückkehren. Nun, ich sah niemals diesen zu kommen. Ich bin in Live-Strange 2, wo Tony direkt vor der Grenze stehen. Und er zurücklaufen muss. Muss mit dem Spieler wirklich zurücklaufen. Steht schon zu... Er steht schon... Ich habe keine Spoiler jetzt. Aber die stehen vor der Grenze. Und du musst zurück zum Auto laufen. Das ist... Dann Überraschung. Dann kommen Leute und nehmen die Gefangenen. Du warst nicht nur die schon drüben. Du warst schon drüben. Es ist... Es gibt so ein paar Aufregern. Ich glaube, wir haben jetzt alles durch. Das Training mache ich nicht. Können wir jetzt Arcade machen? Ich bin traveller schon. Ich bin auf der Quartner. Und ich bin auf der Quartner nicht. Ich bin doch auf dem Antrag in der Quartner. Ich bin doch zufrieden. Ich bin doch vor der Quartner. Wenn Du das 나중에 schaffst. Das kann ich dann auslösen. Jetzt kommt euch auf dem Deck vorbei. Hey Leute, ich brauche mein Logbuch! Leute, kannst du bitte mein Logbuch finden? Okay, jetzt bist du einfach an den Automaten. Spielt man. Achso, Pong. Pong ist schlecht. Verdammt. Du bist wirklich nicht gut in sowas. Nicht in dem Spiel. Ein Pong bin ich sehr gut. Ein richtiger Pong bin ich sehr gut. Dann würde ich dich schlagen. Ein Pong ist fucking Volleyball. Verdammt. Jetzt schlage ich dich dann doch noch. Vielleicht, du wolltest es nur spannend machen, gib es zu. Ja, bestimmt. Okay. Okay. Du hast gewonnen. Ich will nicht darüber sprechen. Ich will darüber sprechen. Ich habe einen Logbuch. Ich habe einen Logbuch. Leute, kannst du bitte mein Logbuch finden? Ja. Schon dabei. Ja. Ins Flugzeug steigen. Ah, jetzt hätten wir noch spielen können. Siehst du? Ja. Das weißt du aber vorher nicht. Auf nach Mexiko. Auf in den Dschungel um Mexiko. Ich glaube, wir haben jetzt fast drei Stunden gestreamt. Das Finale machen wir dann nächstes Mal, oder? Hm. Ja. Du bist nervös? Nein. Du? Ein bisschen. Es ist genug, um mich zu fokussieren. Das ist gut. Ja. Du weißt schon, ich war über deine Situation mit deinem Foto gekommen. Ich könnte eine Lösung für dich. Okay. Du musst ihr eine Lieder schreiben. Was? Was? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to... You know, anyways. Look, I'm just saying it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, yeah, yeah. I mean, it was just an idea. It's just... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Hey, father. Oh, my God. You're going to have to. Oh. Wow. The jungle looks so bad. Yeah, you look like a movie movie. Oh, the jungle looks so good. Oh. Well coming to Jurassic World 2. Well come to Jurassic World 2. Yeah,단ely. That's just looking like Jurassic World 2. And it looks so bad. Yeah but like Jurassic World 2. Yeah, it looks like a video game. Over there. Über da! Ich komme zurück in weniger als eine Stunde! Geh es einfach da draußen! Bis bald! Okay! Bereit? Ja, lass uns das machen. Nachkampfwaffen. Wenn wir mit dem Fallschirm gesprungen wären. Meinst du? Kann einen Unterschied machen. Ich gehe davon aus, ich kenn das Spiel nicht. Ich hab dir gesagt, das ist ein Walk in the jungle. Du verstehst es, richtig? Walk in the park, walk in the jungle. Ja, 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 ich verstehe es. Eine Parachütung wäre viel einfacher. Gehst du den anderen Weg? Oh, offensichtlich. Ich hab dich gerade gesehen. Mensch! Oh nein! Stirb! Schau! 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 Ich habe dein altes Auto gefunden! Oh! Also das ist, wo ich parkte. Schau an das! Ja! Schau! Sag mir nicht, dass ich mein Auto schrauben kann. Ja! Schau mir nicht, dass ich dir mein Auto schrauben kann. Ja! Geh du mal links. Dann gibt's den Weg links lang, ja. Geh nach links. Wir sind beide wieder gleich. Natürlich. Moin. In der Brücke. Okay, Brücke. Du solltest nicht auf mich brechen, Brücke. Kann ich dir abschneiden? Schade. Damit du nicht hinterher kommst. Noch nicht. Ich glaub man... War es nicht so, dass irgendwer sich gegenseitig hier töten kann am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es sehen. Ich weiß es nicht mehr. Was macht dich so sicher über das? Ich weiß es nicht. Es hat Gefühle, ich glaube. Und es ist nicht so, wie es leicht ist, zu sehen, wie der schwarze Arlong. Ich weiß es nicht, wie du das ausfällst. Ich bin eigentlich gut an dem ich bin. Aber ich sollte wussten, dass du nicht falsch anspringen kannst. Ja, wir haben beide eine Lehre gelernt. Ja, jeder springt falsch. Ich wollte mal das Dschungellevel sehen. Ich weiß es nicht, dass du da fliegen kannst. Der hat mir sonst vielleicht nicht. Ja, sehr schön. Können wir das Leben retten? So hoch mit dir. Nein, ich verhüren mich. Komm mal. Hey, hey, hey. Geh in die Kaffee. Nein. Da. Du siehst, zwei von ihnen. Ja. Geh in die Kaffee. Geh in die Kaffee. Wir flanken sie. Alles klar. Okay, Zielübungen. Ich würde die jetzt nicht erschießen. Ich würde jetzt hingehen und die von hinten... Kann man die nicht von hinten überrumpeln oder so? Dann müssen wir die erschießen. So wird das nichts. Ich treffe hier keinen. Ich denke, das ist alles. Okay. Hey. Ich habe nicht wirklich was gemacht. Aber was soll es? Ich weiß, deshalb habe ich mir die halbwegs Sniper besorgt. Ich liebe Headshots. Können wir die Nuten? Schade, wenn wir nicht. Nein, wir hätten sie übrigens auch leise ausschalten können. Weil wir haben Waffen. Ja. Also, ich gehe hier lang. Ich auch. Ich will schwimmen gehen. Geht nicht. Mir ist der Kasse. Mist. Wir haben unbeschränkte Munition, oder? Natürlich. Das hier ist ein Story. Wir haben zufällig genug... Nein. Leo, hilf mir mit das. Nein, ich kann nicht auf die schießen. Nein, kannst du nicht. Ich helfe dir mal mit das. Äh, oder auch nicht. Komm schon. Ja, drück doch die linke Maustaste. Ja, Sekunde. Was ist denn mit dir? Ich krieg das schon hin. Die Maustaste dazu. Einen dritten Versuch. Ich werde beschossen. Ich glaube, die haben unsere Schütz gehört. Nein. Bleib ruhig. Daher. Ach was. Ach so, hier. Ich schläge mich ran. Beziehungsweise renne ran. Die schießen auch wie die Sturmtruppler. Warte, ich komme von hinten und über die Welt gehen. Ich schalte ihn nur ohne Waffe aus. Uh, ich bin getroffen. Alles gut. Ich wurde noch nicht getroffen. Okay, da kann ich nicht durch. Ich schießt noch so um die Treppe hoch. Oh Gott, ich komme von hinten. Kommst von hinten, dann komme ich von unten. Das geht nicht. Hey. Arschloch. Ich habe ihn ausgeschaltet. Sehr gut, ich bin... Ich nehme die Sniper. Hey. Er ist durch die Tür. Was darfst du Snipern? Ja, zur Aufwechslung mal. Schießt ihr ins Gesicht. Ich werde mal ein bisschen für dich. Einen Schuss, ein Treffer. Hey. Treffe ich hier irgendwas? Ich weiß nicht, ich glaube ich habe alle ausgeschaltet. Schießt Mord ungefähr in deine Richtung. Gehst du lang? Wo bist du? Ah, da bist du. Das war gut. Ich sehe keinen mehr. Ja. Ich habe gerade den letzten erledigt. Wer sind sie? Leo, kümmern mich! Da sind Leute. Headshot. Hey. Das ist ein anderer Sniper. Bin aber zu blöd zum Schießen. Gut, den hast du. Hey. Okay. Ah, da läuft einer rum. Hey. Ich schieße auf den, der da rumläuft. Und zack. Auch gut. Da kommt einer gerannt. Das ist schwer zu treffen. Wir fallen auf den selben, glaube ich. Natürlich fallen wir auf den selben. Armin. Okay. Wir haben sie geschnipert. Ah, ich kann noch weiter geschnipern. Ich kann dich noch treffen. Wo bist du lang? Komm, Leo. Hilf mir, diese Tür zu hoch. Komm mal rüber und hilf mir. Äh, ja. Ich komme. Snapper kann ich da nicht mitnehmen. Und jetzt eine Runde viel gewinnt. Komm. Jo. Wo gehst du lang? Wo bist du? Unten. Kannst du, glaube ich, durch die Tür, oder? Ich habe hier eine Hütze. Nein, da kann ich nicht rein. Dann geh einfach runter. Ich müsste mir jetzt die gleichen looten. Was? Ist das hier ein RPG, oder was? In gewisser Weise schon. Nein. So weiter geht's hier. Ich renne vor. Du machst den Sniper. Ha! Sie denken, die Kugelbrede wird uns verhören. Was für ein Schuss. Komm, Leo. Hilf mir, diese Tür zu hoch. Ja, was? Ich weiß es nicht. Das war... Wir müssen anscheinend eine Tür anheben. Okay, du wirst eine Tür anheben. Nein, aber er hat es gerade gesagt. Ich glaube, gegen Ende wird das Spiel immer verbuggter. Ja. Vielleicht gibt es einen Lidgen, wir sind wieder an der Tür. Hey, Leo. Willst du, dass die Tür anheben für dich? Ja, wie wäre es, wenn du die Tür mit mir anhebst? Oh, oh, oh. So, ich renne wieder vor. Du bleibst hier und machst einen Sniper. Und ich werde erschossen. Ja. Ja. Die Losrenntaktik hat sich bewährt. Ach, du gehst da lang, lol. Ja, ich geh jetzt mal da lang. Nachdem das auf der anderen Strecke nicht gehabt hat. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. gehen ich bin in der deckung mehr oder weniger eher weniger als mehr hey versuch mal wen zu treffen ein treffer muss doch treffen ich glaube ich habe da wen erwischt ich glaube ich kann weiter wir können weiter da rennt jemand wir machen das hier auch echt zu call of duty oder irgendwie schon kann man zu dir wenn ich gerade müsste ich sagen wir hätten uns hier durchschleichen sollen eigentlich war hat ich komme von hinten sehr gut leute am geld ich sehe es doch geht euch an ich gehe von der anderen seite stehe unter stampen beschuss in der oma schatten waren das andere das waren alle ich wiederhole ich glaube wir hätten uns ja nicht durchschleichen sollen aber ja gibt uns warten und wir sind dabei und wir können das auto kaputt machen können wir zumindest die scheiben können wir zerschießen guck mal was ist hier so spielt spielt das ziemlich hat glaube ich keine richtige wirkung spielt da nur schön Hey, ich zeichne dir gerade was. Sehr schön. Ja. Okay, gehen wir rein. Hey. Nein, mein Leo war hier rein kratzen. Okay, nein, ist schade. Wer bin ich? Bin ich Leo oder was? Ah, na ja. Bin ich so gut im Kanonenschreiben. Ja, und das bin ich? Hey. Da soll Leo dran. Kannst du, kann man es lesen? Da steht Leo drauf. Meins kann man lesen. Aber du bist nicht Leo. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen hin. Ich glaube hier lang. Ich weiß es nicht. Durch das Tor wird ich vermuten, aber wie kommen wir da durch? Ich wiederhole, ich weiß es nicht. Ich schieße nicht. Und wir schießen das Tor kaputt. Wir müssen uns einen Truck holen und dann muss ich durch das Tor brettern. Könnte es sein. Nehmen wir doch den da oben. Ja. Tatsächlich hier. Hilfe mir mit dem. Okay. Ich bin ein bisschen weiter entfernt. Ich muss hier noch hin. Ich muss hier erstmal hinfinden. Hey, dein Name steht nicht mehr drauf. Oh. So, schieb. Das hat jetzt was gemacht. Einen kaputten Zaun. Okay. Das hat eigentlich funktioniert. Gut, die Kraft. Immer ein Gewinner. Ich renne mir mal vor. Oder nach. Was gibt's denn so schönes? Na, bleib bei der. Ich schau mal. Du kannst das Maschinengewehr noch nehmen, statt die Pistole. Ja, wenn du mich lassen würdest. Stoßweise, die andere. Was haben wir denn hier? Die unten war auch, glaube ich, ganz cool. Müsste ich mal ausprobieren, weil du wie die wohnst. Ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich zielgerichte Tora schießen und... Ich kann trotzdem mehrere Schüsse. Ja. Ich glaube, wir müssen das Tor aufschießen. Ja. Ah. Ganz genau. Okay. Nein, da. Sehr schön. Ja. Jetzt haben wir es alle gebrauchen, weil wir gegen die Tür gesprungen sind. Das sind doch alles Klischee, Mexikaner, oder? Oder was? Ich zerschieße hier in ein paar Weinflaschen. Bin ruhig. Warte, ich muss hier noch ein paar Weinflaschen zerschießen. Oha, mein Regal. Ich schieße auf den Container, den ich gerade hatte. Äh, warte, ich werde hier gerade erschossen. Ich bin tot. Mein Gott. Ich musste ihren Weinflaschen zerstören. Nein. Nein, musst du nicht. Okay, selber planen. Nur schneller. Bin unterwegs. Verdammt. Was ist denn? Wurde getroffen. Schieß doch einfach mal auf das Ding, was ich werfe, sobald ich es werfe. Oder du. Ach du. Ich renne durch. Ich renne. Ich renne einfach weiter. So, was mach ich nun? Werfen. Ja. Sehr schön. Ja. Ich renne. Ich renne. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020